Was geht ab, meine lieben Pokémon-Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Go Pikachu! In der letzten Folge hatten wir natürlich das letzte und verbleibende Pokémon Let's Lavadosa bekommen, an der Siegestraße. Und in dieser Folge werden wir wahrscheinlich die Pokémon-Liga erreichen. So, damit haben wir jetzt... damit wir es jetzt wissen wollten... Sorry, falls ihr es schon bemerkt habt, ich habe euch leider schon letztes Mal entschuldigt. Sorry wegen der ganzen Aufnahme, dass es leider kaputt gegangen war. Und zwar ganz besonders der Sound, das jetzt etwas verspätet gekommen ist. Die Aufnahme war ein bisschen voreilig. Ich musste es unbedingt... ich musste es so schnell wie möglich aufnehmen. Und plötzlich, dieser Aufnahmegerät hatte gestern so abgekackt, dass der Sound etwas später gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das fixieren kann. Das liegt wahrscheinlich an dem Aufnahmegerät oder sowas, dass ich etwas zu schnell nach der nächsten Aufnahme sofort den Rekord-Button gedrückt habe. Aber naja. Kann man nichts machen. Aber hauptsächlich... Jetzt geht der Sound jetzt hoffentlich etwas gleichmäßiger. Diesmal. Und die Aufnahme war etwas ein Epic-Fail. Der Grund, wieso... Ja, der Sound war kaum zu spät, wie gesagt. Aber auch mein Pokéball Plus musste er auch noch abpacken gestern. Naja. Bis jetzt spiele ich jetzt immer noch mit dem Joy-Con. Und... So wie es aussieht, mein Pokéball Plus muss jetzt komplett aufgeladen werden. Und zwar für diesen einen Part werde ich jetzt nicht mehr den Pokéball Plus nehmen. Aber wahrscheinlich in der nächsten Folge, wo wir dann die Pokémon-Liga bald erreichen. Und damit haben wir da am Tür Harry auch noch besiegt. Uns fehlen uns nur noch zwei bis drei Trainer noch. Ja. So, jetzt tun wir noch unsere Pokémon wieder heilen. Für den Top-Beleber möchte ich jetzt unbedingt noch aufheben. Für schlechte Zeiten. Also das heißt... Für ganz, ganz heftige Pokémon-Kämpfe. Aber ich glaube, in der Pokémon-Liga werde ich jetzt... Mein gesamtes Geld... Was ich jetzt gesammelt habe... Sorry, ich muss jetzt husten. Hatte ich... Mal überlegt, mein gesamtes Geld auszugeben. Für Top-Genesung und Beleber. Das heißt jetzt dann... Wahrscheinlich, wenn wir dann die Pokémon-Liga erreicht haben... Werde ich wahrscheinlich mein gesamtes Vermögen ausgeben müssen. Um... Weiter voranzukommen. Und damit wir weiter vorankommen... Und keine... Mühe scheuen müssen, für mehr Geld zu holen. Denn wir kriegen in der Pokémon-Liga eh noch mehr Geld. Denn die Pokémon... Denn die Top-Vier wird uns wahrscheinlich... Ein bisschen einen Haufen... Viel Asche geben für uns. Nachdem... Nachdem... Wenn wir dann die Top-Vier dann durch haben. Ich weiß... Schülok hat sich noch nicht... Derzeit noch nicht weiterentwickelt. Denn ich glaube... Ich werde dann später... Nach dieser Aufnahme... Höchstwahrscheinlich... Nach dieser Aufnahme... Werde ich höchstwahrscheinlich danach checken... Wie viel... Wie viel Level es hochgestiegen ist. Weil es jetzt immer noch nicht... Bis Level 35 ist... Oder 36... Werde ich Tour Talk definitiv nicht mit ins Team nehmen. Denn... Wir brauchen jetzt der stärkste Team... Was ich jemals habe. Mit... Und Fliegen... Und Dragon Nier ist... Die Schüchte. So... Noc-Chan... Ich weiß... Das Pokémon Dojo... Werden wir dann wahrscheinlich... Nach der Pokémon Liga dann... Besuchen... Das wird jetzt als Bonus Part... Dann dargestellt... So... Es ist jetzt heute Samstag... Und ihr wisst schon selbst... Am Sonntag... Könnte es wahrscheinlich schon so weit sein... Dass wir den Einer der Top 4... Dann... In dich nie zwingen werden... Den ersten... Den ersten... Der erste... Der erste Mitglied der Top 4... Werden wir wahrscheinlich... Dann herausfordern... Schon morgen... Falls wir dann... Falls dann tatsächlich... Die Siegerstraße... Noch in diesem Part endet... Hoffentlich... Denn... Ein extrem langen... Siegerstraße... Will ich ja nicht erleben... Dass es vier... Fünf Parts dauern wird... Und dann wird es schon... Äh... Langweilig... Naja... Aber... Wir wissen schon selbst... Die Kanto-Region... Die Siegerstraße der Kanto-Region... Ist nicht so groß... Im Vergleich zu dem... Top 4... Die Siegerstraße von... Der Höhen- oder... Halus-Region... Ich weiß es nicht... Naja... Ja... Ich weiß... Ich habe jetzt... Ich wisst schon selbst... Ich habe alle... Alle Generationen durchgespült... Von 1 bis 7... Von Anfang an... Zurück in 1998... Bis... Heute... Und ja... Ich weiß nicht... Was darüber diskutiert wurde... Aber in Nintendo... Habe ich etwas... Daraus erfahren... Dass eine neue Pokémon-Generation... Dann kommen wird... Wahrscheinlich schon... Höchstwahrscheinlich im November... Ist wahrscheinlich nur eine... Ein Rumor... Oder wahrscheinlich... Äh... Wurde darüber angekündigt... Dass im November 2019... Ein weiteres Pokémon-Spiel kommen wird... Wahrscheinlich die 8. Generation... Die werde ich dann... Falls ihr denkt... Ob ich das Let's Playen werde... Na Logo... Denn ich bin natürlich ein Pokémon-Fan... Und ich werde definitiv... Jede Generation durchspielen... Außer... Dass es auf der 3... Auf den 3DS war... Leider... Leider... Sonne und Mond... Und Ultra-Sonne und Ultra-Mond... Kann ich leider nicht Let's Playen... Da ich kein... Passendes Aufnahmegerät habe... Leider... So... Großartig... So... Marschok kommt auch noch in unseren... Pokédex-Eintrag... Ach... Komm schon... Er hofft dich zu wehren... Eins... Och... Du lässt mir keine andere Wahl... Als dich zu beruhigen... Guter Wurf... Eins... Zwei... Drei... Na bitte geht doch... Marschok wurde gefangen... Wir kriegen jetzt so viele... Bonbons jetzt derzeit... So Stärke-Bons und so weiter... Das würde uns sehr nützlich sein... Der Gürtel an seiner Hüfte dient dazu... Seine Kraft zu begrenzen... Ohne ihn wäre Marschok nicht zu bändigen... Das ist schon Chuck Norris in Person... Der zweite wäre dann... Der... Der... Erstmal der Undertaker oder sowas... Ich bin kein WWE-Fan... Das ist ja logisch... Aber ich gucke euch so gerne Wrestling an... Wir haben noch 5 goldene Nanabären jetzt gerade gefunden... Wie geil ist das denn? Das wäre ja auch sehr nützlich sein... Nein, ein legendäres Pokémon fehlt uns noch... In diesem Spiel... Aber wir haben jetzt noch... Ich weiß, wir haben jetzt alle 3 legendäre Vogelpokémon... Doch ein legendäres Pokémon... In der Kanto-Region... Fehlt uns noch... In der... In Pokédex-Eintrag... So, wir setzen Fliegen ein... Und Rosanne ist mit einem Schlag besiegt... Super... Ich weiß, ich werde jetzt wahrscheinlich ein... Ein Trainer leider überspringen müssen... Denn es wird schon Zeit, dass ich dann endlich mein Pokémon-Team dann bald heilen werde... Und zwar, wenn wir dann das Indigo-Platz so... Dann hoffentlich dann in diesem Part noch... Reichen... So, über das... Und noch dazu... Ich möchte euch noch etwas erzählen... Ja, ich habe jetzt gerade das Mythos mit dem Truck... Jetzt mal gerade... Recherchiert... Aber ich glaube, ich werde euch dann zeigen... Ihr wisst schon selbst... Der Truck mit diesem... New... Mythos... Dass man stärker einsetzen kann auf diesem Truck... Das habe ich euch eh schon erzählt... Ist nur ein Mythos... Das kann man nur bei einem... Bei einem... Ein Glitch machen... Oder so ein Zeugs... Ich weiß nicht, was das ist... Manche haben solche Mythen gemacht... Dass man... Wenn man den Truck... Den Truck stärker einsetzt... Und den Truck New findet... Naja... Das habe ich euch wahrscheinlich erzählt... Das gibt es nicht... Das ist nur ein Glitch oder nur ein Mythos... Aber ihr wisst schon selbst... Mit dem Pokéball Plus... Wenn ihr einen Pokéball Plus habt... Und das geheime Geschehen einsetzt... Bekommt ihr dann... Mew so so automatisch... Ohne einen Glitch zu machen... So... Ich glaube, wir sind jetzt dann eh schon jetzt gleich am Ende... Der Siegestraße gleich angelangt... Hier ist noch ein Rihorn... Hinter uns... Da fahren wir jetzt mal in die Gruppe runter... Und wir sind jetzt wieder mal hier an der Stelle, wo wir... Bekommen sind... Hoffentlich greift uns nicht das Rätsel raus an... Denn... Ich möchte jetzt, dass wir endlich diese Siegestraße durch haben... Endlich... Okay... Ich muss jetzt mal anschauen, ob wir richtig... In der richtigen Richtung sind... Oh, da kommt jetzt ein Geerrock hinter uns... Du kriegst uns nicht... Komm schon... Wuchtstoß... Zack... 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 Und zack... Und nochmal... Und nochmal... Und nochmal... Komm schon, Pikachu... Ich glaube, da muss man echt 10-12 Mal da pushen... Bis man endlich jetzt den letzten Felsen... Rübergeschoben haben... Und jetzt ist das der letzte... Trainer, so wie es aussieht hier vorne... Wahrscheinlich der letzte Trainer jetzt hier in dieser Siegestraße... Dieser Pokémaniac wieder... The creepy dude... So, Pokémaniac Klaus... Ich glaube, wir setzen Schlurp ein... Aber wir gehen jetzt mit... Oh mein... Vorhin nichts habe ich jetzt eingesetzt... Das war ein Fehler... Fliegen... Ich glaube, das müsste Schlurp wahrscheinlich dann... Ausknocken... Zack... Och... Noch nicht ganz... Aber... Es hat verfehlt... Seine Attacke... Super... Nochmal fliegen... Da müsste Schlurp schon jetzt Geschichte sein... Ja... Du hast wieder verfehlt... Und... Zack... Schlurp... Ist Geschichte... So, jetzt kommt Onyx... Und da werde ich jetzt... Sandama einsetzen... Ich glaube, unser Team ist total fit genug für die Pokémon Liga... Was denkt ihr, Leute? Wenn wir die Pokémon Liga dann durchziehen... Schaffen... Höchstwahrscheinlich schon nächste Woche werden wir dann die Pokémon Liga dann durchhaben... Falls es ohne Probleme gehen würde... Ansonsten... Ist das Training... Dann wird das Training extra verlängert... Und dann müssen wir das in den nächsten Parts dann durchziehen... Aber ich hoffe, dass wir das in vier oder fünf Tagen dann die Pokémon Liga durchhaben... Hoffentlich... Und... Wie gesagt... Nach Let's Go Pikachu kommt sowieso noch ein Pokémon Let's Play draus... Und ein zweites Neben Let's Play noch dazu... Falls... Falls... Falls möglich... Na gut... Ritzelturbo... Das müsste Turtop wahrscheinlich dann ausnoten... Ach... Nicht ganz... Mist... Sogar reicht es jetzt die Hültake Hydro Pumpe aus... Hat er als Hydro Pumpe jetzt Pikachu getroffen... Wäre Pikachu schon jetzt Geschichte... Gott sei Dank... Hat es ausgewicht... So... Turtop ist jetzt die Geschichte... Und damit haben wir jetzt den vorletzten oder sogar letzten Trainer in der Siegestraße bezwungen... Ich weiß da ist noch ein weiterer Trainer und unser Trainer Coach hier drüben... Das werden wir dann erst viel später machen... Also... Hier sind wir schon... Hier ist der Ausgang... Und wir sind jetzt auf Route 23... Am Fuße des Berges... Zum Indigo Plateau... Die Musik... Oh... Hier ist jetzt keine Labyrinth... Das ist ja neu... Okay... Es ist nur noch geradeaus... Und da ist es schon... Die Pokémon Liga... Der Kanto Region... Das Indigo Plateau... Hm... Was ist los Pikachu? Du blickst zusammen mit Pikachu zur Pokémon Liga hinauf... Ja Pikachu... Was denkst du? Mach dir doch keine Sorgen... Wir schaffen das natürlich... Ich lasse mich auf dich... Wir werden sagen... Wir schaffen das... Wir haben es soweit geschafft Leute... Das Indigo Plateau... Ist vor unserer Nase... Also... Wir heilen uns noch unsere Pokémon... Und dann beenden wir diesen Part... Denn in der nächsten Folge... In Pokémon Let's Go Pikachu... Wir werden dann... Die Top 4... Herausfordern... Ich hoffe ihr seid dabei... Und jeder Top 4 bekommt jetzt eine Folge... Das ist ja offensichtlich... Damit euch der Spaß nicht vergeht... Werden wir jetzt... Jede Folge... Also... Jeden Top 4... In einer Folge... Durchziehen... Also... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder... Und gebt einen Daumen hoch... Falls es euch gefallen hat... Und wir sehen uns in der nächsten Folge... Macht's gut und tschau... Euer RedPokerLP... Aufmerksamkeit... Dann geht's euch weiter...